Wolfgang M. Schmidt im Gespräch Wir könnten jetzt viel Zeit damit zubringen, zu klären, was denn überhaupt literarische Meisterwerke sind. Vermutlich kämen wir irgendwann zu dem Schluss, dass letztlich jeder ästhetisch gelungene Text diese Bezeichnung verdient. Etwas enger gefasst wäre aber auch der Gesichtspunkt der Bekanntheit, der Popularität mit einzubeziehen. Ganz in diesem Sinne möchten wir darunter herausragende Texte verstehen, die im besten Fall jede und jeder gelesen hat oder von denen jede und jeder zumindest eine vage Vorstellung hat oder wenigstens dem Namen oder Titel nachkennt. Anders formuliert, Texte, die im besten Fall in jeder privaten Bibliothek zu finden sind oder die sich einfach bei Bekannten und Freundinnen ausleihen lassen oder die zumindest in jeder gut sortierten Stadtteilbibliothek ihren festen Platz im Regal haben. All das trifft auf Storndal zu und seinen Roman Rot und Schwarz. Der Roman ist aber nicht nur Gegenstand des Gesprächs, sondern zugleich Anlass, einen Blick auf die Gegenwart zu richten, um zwar unter dem Gesichtspunkt der Ironie. Ausgehend davon, dass es sich bei Rot und Schwarz um einen Klassiker eines ironischen Romans handelt, wollen wir fragen, wie steht es heute um die Ironie? Ist sie verschwunden und wenn ja, wohin? Und wie politisch ist das Ironische? Wolfgang M. Schmidt dürfte den meisten vertraut sein als Filmkritiker und als Podcaster zu Themen aus Gesellschaft und Ökonomie. Die Filmanalyse und Wohlstand für alle, das sind die beiden Formate mit und in denen, er regelmäßig hervortritt. Außerdem ist er Mitautor des Buchs Influencer, die Ideologie der Werbekörper. Nicht zuletzt aber ist er ein leidenschaftlicher Leser und Liebhaber der Literatur. Timon Karl Kalleiter ist Schriftsteller, Kolumnist und Drehbuchautor. Er gehört zu den Gründern des Instituts für Zeitgenossenschaft. Mit seiner Band Susanne Blech hat er mehrere Alben veröffentlicht und viele Konzerte gespielt. 2021 wurde er zum Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb eingeladen. Er hielt den Dreisatpreis. Sein hochgelobter Debütroman, die Geschichte eines einfachen Mannes, erschien ebenfalls 2021 und wurde mit dem Fulda-Literaturpreis ausgezeichnet. In diesem Zusammenhang von besonderem Belang ist die Tatsache, dass eine wichtige Referenz für diesen Roman kein geringerer ist als Storndal mit seinem Roman Rot und Schwarz. Guten Abend auch von mir. Guten Abend, vielen Dank. Wir müssen zunächst Bekenntnis ablegen. Wir beide kennen uns sehr gut, sitzen aber eher selten gemeinsam auf der Bühne. Wir versuchen trotzdem, Professionalität vorzutäuschen zumindest. Unbedingt. Und ich bin sehr glücklich, hier einen Storndal-Experten zu haben, vor allem aus dem Leben herausgegriffen. Denn du bist ja doch auch einer, der viel schreibt. Nicht nur große Literatur, wie der schon erwähnte Roman, die Geschichte eines einfachen Mannes, sondern der auch Drehbücher schreibt. Und jetzt, wenn man sich ein bisschen mit Storndal beschäftigt, dann erfährt man, dass Storndal so etwa 100 Pseudonyme gehabt haben soll, unter denen er publiziert hat. Wie ist das bei dir? Oder anders gefragt, verheimlichst du mir vielleicht das eine oder andere gerade bei den Drehbüchern? Nein, ich habe dir ja gerade noch im Vorgespräch erzählt, dass ich gerade so eine Serie geschrieben habe, die jetzt bald herauskommt. Und ich sozusagen für die ARD und ich gar nicht so sorgenvoll wäre, wenn das einfach sich versendete, weil es vielleicht nicht den Ansprüchen genügt, die ich jetzt habe, wenn ich was schreibe oder einen Roman. Ich habe ja erst einen geschrieben, aber im Zweiten vielleicht. Also es gibt keine Pseudonyme. Ich hatte ja mal eine Band, da hieß ich dann Susanne Blech, warum auch immer. Grausamer Name. Es klappt also nicht mit dem Pseudonym. Mein Name selbst ist ja schon eigentlich auch schon irgendwie quatschig genug. Und dann belasse ich es dabei. Ja, also es kommt nicht irgendwann die große Beichte, dass du für all die schrecklichen Komödien verantwortlich bist, unter denen ich zu leiden habe. Ich glaube, nein. Aber doch, das, was kommt, wird schlimm genug. Also da wirst du dann mir deine Meinung sagen müssen. Gehen wir nicht zum Film, sondern gleich zur Literatur. Und bevor wir zu Stendhal und seinem Roman Rot und Schwarz kommen, würde ich gerne von dir erfahren, wie ist eigentlich so deine Leserbiografie? Was sind so die ersten Erweckungserlebnisse mit der Literatur gewesen? Ich muss sagen, ich lese sehr langsam. Ich bin ein wahnsinnig langsamer Leser und auch eigentlich gar nicht so gern. Das heißt, ich muss sehr sorgfältig auswählen, was ich lese. Das heißt, ich muss mich zwingen zum Lesen und dann geht es immer sehr langsam. Ich muss also, das ist so meine Taktik, ich muss mich darauf konzentrieren, was den Test der Zeit schon bestanden hat. Also ich kann mich nicht, ich kann jetzt nicht Neuheiten lesen und dann von denen in fünf Jahren keiner mehr was weiß. Und wo sich herausstellt, das ist großer Unsinn. Ich lese eigentlich nur Sachen, die am liebsten 200 Jahre alt sind und dann aber vielleicht 50 Jahre, dass schon mal durch den Kanon gegangen ist und gesagt wird, naja, das ist so schlecht nicht. Bei mir fing es an mit, ich habe erst recht spät angefangen zu lesen, so mit 14, 13, 14 und habe dann in einem großen Rutsch das ganze Oeuvre von Stephen King gelesen. Und zwar habe ich damals einen Freund gehabt auf dem Gymnasium und mit dem habe ich so einen Trick mir ausgedacht, wie man aus dem Karstadt Bücher klauen kann. Und es ging so, es ist so genial, früher, bevor es halt diese ganze, wie heißen diese Dinger, Barcodes gab mit dem Alarm und so, war es ja bei Karstadt immer so, dass die Kassen innen drin waren. Das heißt, wir sind einfach nur reingegangen in die Buchhandlung, zwei so feine Jungs, die keinen Verdacht erregten und sind einfach dann in die Buchhandlung, in diese Buchabteilung und haben so ein Buch genommen und sind damit einfach rausgegangen. Also man musste nicht verstecken, man musste gar nichts machen, man ging einfach raus und dann war das Buch in unserem Besitz. Und so habe ich mir die ganze, das ganze Oeuvre von Stephen King angeeignet und gelesen und dann danach lange Jahre nicht und dann erst im Studium eigentlich wieder und dann, ich will es gar nicht zu lang machen, klar, wenn man noch jünger ist, so diesen ganzen Pop-Kram, Kracht viel gelesen, aber auch so Sibylle Berg, Jörg Fauser, sowas. Ja, da wollen wir mal gleich einhaken. Zunächst einmal kann man ja beruhigt sein, Stephen King hat es nicht ganz so sehr finanziell geschwächt, der steht immer noch gut da, trotz dieser vielen Diebstähle. Und nun sagst du dieser ganze Pop-Kram. Aber ist es nicht so, dass wir da schon über eine Literatur-Epoche oder Ära sprechen, die vielleicht sehr nah auch wieder dran ist an dem Roman, über den wir heute besonders reden wollen? Nämlich, wir haben es doch bei der Pop-Literatur auch mit einer Literatur zu tun, die den Zeitgeist inhaliert, ihn verdichten will, die zugleich aber ironisch auf alles zu blicken scheint. Das trifft auf die Pop-Literatur der, wann war das, Anfang Nullerjahre, Ende 90er Jahre natürlich zu. Das trifft aber, ja, auf Sondal schon etwas weniger zu. Ich würde sagen, das ist schon sozusagen, da gab es ja auch, also anders als bei Sondal würde ich sagen, dass bei der Pop-Literatur, das ist ja dann eigentlich die zweite Generation gewesen, wenn ich das richtig, ich bin ja kein Literaturwissenschaftler. Also Jörg Fauser ist natürlich am Beginn der erste Generation. Genau, genau, aber das ist ja nochmal eine ganz andere Herangehensweise gewesen, als die dann doch sehr dandyhafte von Kracht und so, die sich natürlich schon in so einem, die ja sozusagen diese Ironie, auch wie ich es empfunden habe, nicht so sehr auch auf ihre eigene Person bezogen haben, sondern doch schon, das war sehr von einer erster Hand Eitelkeit, was ich gar nicht schlimm finde, von so einer erster Hand Eitelkeit geprägt, die jetzt bei Sondal nicht sehen würde. Und bei Jörg Fauser, ich meine, gut, was soll daran Eitel sein, sich in Istanbul die Venen mit Heroin vollzuschießen und im Dreck zu leben. Aber ja, natürlich ist das schon, ist das jetzt... Er hat keine Werbung für Pekun Kloppenburg zum Beispiel gemacht, für die späteren dann. Nee, 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 das ist nicht passiert. Also ja, Ähnlichkeiten klar, aber das müssten wir dann vielleicht nochmal genauer betrachten. Vielleicht können wir ein bisschen das Vermessen, dieses Zeitalter dieser Popliteratur. Also wenn man jetzt Kracht nimmt oder auch Reinhard Götz, dann sind das ja Autoren, die nach dem sogenannten Ende der Geschichte schreiben und die nicht mehr etwas Utopisches mit ihrer Literatur wollen, die nicht anklagen wollen, nicht soziale Verhältnisse demaskieren wollen, sondern sie zeigen halb subversiv, halb affirmativ eine gewisse Gesellschaftsschicht, meistens die der Gutbetuchten, und verleben dort eine Zeit, die aus Konsum und dann meistens so ein bisschen Vitalismus besteht, entweder dem Drogen entnommen oder dem Sex. Ist das etwas, was dich als junger Leser angesprochen hat? Ja gut, das ist eine rhetorische Frage. Also ich finde, das sollte jeden ansprechen, der erst mal sozusagen im Beginn seines Lebens mit vollen Händen ins Leben greift, bevor dann die Sachzwänge den einen oder anderen zu... Erzähl uns mehr. Ja, ich habe mich ja, wie du weißt, immer so durchgemogelt bis in die Sorglosigkeit. Aber gut, wir reden da ja auch von der Zeit der Spaßgesellschaft. Du erinnerst dich gut, es waren schöne Jahre. Da konnte so geschrieben werden. Heute geräte man wahrscheinlich gleich in Verdacht, wenn man, so wie ich, ein Buch schreibt über jemanden, der keine Sorgen hat. Aber du hast es ja trotzdem getan. Ja. Aber es wurde nicht überall richtig verstanden, sagen wir mal so. Also die ältere Garde, die die Popliteratur noch kannte, hat es jetzt nicht in eine Ecke gestellt damit, aber war so sehr trainiert in der Rezeption eines auch ironischen Tons, dass dieser Roman Anklang fand. Viele aber waren eigentlich dem ganz entwöhnen oder hatten diesen Ton nie kennengelernt und waren, sagen wir, irritiert. Gut, aber das ist ja nun mal Teil des Spiels. Wenn man was rausbringt, versteht es nicht jeder, so wie man es gemeint hat. Denkst du da eher an die Nachwelt schon? Also Stendhal sagte, ja, ich bin jetzt momentan der Außenseiter, aber 1935 vielleicht bin ich sehr erfolgreich. Absolut. Also auf das Jahr 2135 zähle ich, will ich mit absolut, das habe ich auch dem Verlag gesagt, Pipa, bitte, Frau von Lohenberg, haben Sie keine Angst. In 100 Jahren klingelt die Kasse. Sie müssen jetzt nur vertrauen, bezahlen Sie die Vorschüsse, jedes Jahr mehr, bitte, geben Sie sich, vertrauen Sie mir. Ja. Man muss in großen Dimensionen denken, die katholische Kirche hat es immer verstanden, warum, warum jetzt irgendwie kleine Brötchen backen. Die Hoffnung, die Hoffnung bleibt. Wir sind da mit dir und ich möchte noch mal fragen, nach dieser Popliteratur, gab es noch andere Autoren, die dann wichtig für dich wurden? Ja, ich habe es ja schon gesagt, es wurde dann, also ich setze da sehr auf einen Kanon, also ich bin niemand, der, ich habe noch nie irgendeinen Geheimtipp gelesen, aber noch nie selbst was entdeckt, das klingt alles schrecklich, es ist aber so, sondern habe mich immer auf den Kanon berufen. Ich habe dann, also die Autoren, die ich dann, Autorinnen und Autoren, die ich dann gelesen habe, wurden immer, der Tod lag dann immer schon weiter zurück. Ich habe dann erst mich abgearbeitet, an dieser ganzen Generation, die dann auch schon so halb auf der Grenze zum Tod war, so Walser und so, habe ich viel gelesen. Eben in Philippsburg, so was? Eben in Philippsburg, absoluter, also alles, was man wissen will über die bundesdeutsche Gesellschaft in den 50 Jahren, steht da drin, so schlimm Walser auch ist, fantastisches Buch. Ich habe dann viel Frisch, Max Frisch gelesen, Patricia Highsmith habe ich viel gelesen und dann wurde es aber richtig, dann und dann so Dostoevsky und so, das habe ich, also das dauert ja lange, das dauert bei mir wirklich lange. Für den Idioten habe ich wahrscheinlich drei Monate gebraucht. Ich wüsste auch wirklich nicht, ich könnte wirklich nicht genau sagen, worum es geht. Ich kenne die Namen noch alle, Elisaveta Prokofjevna und so, das weiß ich alles noch, aber ich könnte nicht genau sagen, was jetzt da passiert. Und dann ging es so weiter und dann lese ich halt viel, dann habe ich dann derzeit auch noch viel, also bis heute, Flo Bär und so gelesen, das macht dann auch ja jeder Mann und so ging das halt weiter und so gehe ich halt langsam, mit 80 lese ich dann Ovid. So habe ich mich dann da angekommen. Wenn du ein Talent für Zusammenfassungen hast, wie würdest du in wenigen Worten oder Sätzen uns sagen, was wir in Rot und Schwarz eigentlich da inhaltlich dargebracht bekommen? Es ist eigentlich dieselbe Geschichte wie mein Roman, ein Junge aus... Wie praktisch. Ja, wie praktisch. Ja, ein Junge aus einfachem Haus, Vater ist ja Sägemühlenbesitzer, ein kränklicher, schwächlicher Jüngling mit feinen Gesichtszügen, also wirklich genau wie in meinem Roman, will hoch hinaus, ist von Größenwahn, von Eitelkeit, Selbstsucht, aber auch Minderwertigkeitskomplexen und Selbsthass zerfressen und will ausbrechen aus den fast unausbrechbaren Zwängen der Restaurationszeit und wird von seiner Familie, von seinem Vater gehasst, von seinen Brüdern geschlagen und überlegt einfach nur, wie komme ich da raus? Und der Weg damals ging halt eben nicht mehr wie unter Napoleon noch den Weg über das Militär, wo die bürgerlich noch reinkonnten, sondern es geht nur noch über den Klerus und da er die Bibel, Latein, auswendig kann durch seinen Ehrgeiz, er ist natürlich schon auch von Ehrgeiz zerfressen, wählt er diesen Weg und wird dabei immer wieder kompromittiert beziehungsweise kompromittiert andere auf seinem unrücksichtslosen Weg nach oben. Es ist ein Roman, der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Frankreich angesiedelt ist, erst in der Provinz, dann in Paris. Ein Roman, du sagtest es gerade schon, nach der Ära Napoleons, das heißt, nicht nur Karrierewege sind verschlossen, sondern auch gewisse Ideen der Republik finden sich noch im Titel rot, sehr wahrscheinlich, und das Schwarze scheint auf den Klerus zu verweisen. Aber man ist jetzt in einer Phase der Restauration eines neuen Konservatismus, auch eines gewissen Stumpfsinns angekommen, der sich breitmacht, nicht nur in der Provinz, sondern auch in den Pariser Salons. Und dieser Julien Sorel ist all dem ausgesetzt. Er ist ein Beobachter, aber auch vor allem einer, der sich dann an gewisse Situationen anpassen kann. Das ist ja ganz erstaunlich, dass wir es also nicht mit einem großen Widerständler durchgehend zu tun haben, sondern ganz im Gegenteil, einer, der immer wieder die Zustände für sich zu affirmieren weiß, um dann die eine oder andere Karrierestufe zu nehmen. Ganz ähnlich sicherlich wie in deinem Roman. Wie würdest du diesen Blick auf die Welt charakterisieren, den der Protagonist an den Tag legt? Naja, also er ist ein Opportunist, ein Bückling. Ich würde gar nicht sagen, dass er nach unten tritt, nach unten buckelt, nach oben, nach unten buckelt. Sondern er ist jemand, der in jedem Moment seines Weges, also er hält sich ja sozusagen auch für einen Wiedergänger Napoleons, er hält sich sozusagen selbst für den neuen Danton und im Widerstand und aus dieser exzeptionellen Position, in der er sich wähnt, glaubt er ihm, dass ihm jedes Mittel erlaubt sei. Und sozusagen der ganze Roman ist ja eigentlich ein 600 Seiten wehrender Rechtfertigungszwang. Also sozusagen, weil wir erleben ihn in jeder Situation, in der er halt jemanden über die Klinge springen lässt, indem er berechnend agiert, indem er seine Vorteile, zu seinem Vorteil agiert, immer in der Position, dass er das für sich rechtfertigt, sodass man sagt, naja, stimmt eigentlich. Sehe ich auch so, bitte. Gerne. Und das macht ja auch diesen besonderen Humor, dieses Textes aus. Also man muss ja sehr oft lachen. Das passiert ja nicht so häufig bei großer Literatur unbedingt, sondern vieles geht ja sehr ernst und tragisch zu. Tragisch ist das Schicksal in gewisser Weise auch, aber man hat doch die Möglichkeit der Komik an keiner Stelle eigentlich ausgelassen. Ist das nochmal auf dich und dein eigenes Schreiben bezogen etwas, das dich auch inspiriert für Romandialoge oder für Drehbuchdialoge sogar? Ja, für Drehbuch, glaube ich, funktioniert es überhaupt nicht. Aber fürs Schreiben, also ich habe lange darüber nachgedacht, was eigentlich die Komik ist, weil es ist dann auch nicht, worin sie besteht, ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu sagen. Ich glaube, es ist natürlich die Erzählerstimme. Sie kommt ausschließlich aus der Erzählerstimme, den wir da haben. Jemand, der alles weiß, alles sieht. Aber der hat eben nicht bewertet. Und wir erleben ja, die Komik ist einerseits, wir sehen halt die Handlungen, wie Julien und auch alle anderen, die ja auch vollkommen kompromittiert sind, handeln. Und dann erleben wir aber auch, was sie wirklich denken. Weil ja niemand bis zuletzt, bis auf die allerletzten Seite, wenn er zum Tode verurteilt ist, sagt ja niemand gegenüber einem anderen, was er wirklich denkt. Es ist alles ein Schauspiel, ein Verstellen, eine Heuchelei. Und das sind die beiden Ebenen, die wir sehen. Die Handlung und die Motive. Und dann haben wir aber den Erzähler, der das selbstverständlich erzählt. In einer kompletten Selbstverständlichkeit, dass das halt jetzt nun mal, dass sozusagen, wenn jemand kann die niedersten Motive ins Feld führen für sich selbst, ist, der Erzähler ordnet es nicht ein, sondern sagt, tut so, als wäre das nicht der Rede wert. Wie verlogen und wie berechnend gerade diese Handlung ist. Und in dieser Selbstverständlichkeit, glaube ich, in der der Erzähler das uns darbietet, ist die Komik, weil entweder man erkennt sich selbst, sagt, huch, genau so mache ich es ja auch. Oder man denkt, also das ist ja wirklich Unerhörtheit. Und lacht dann sozusagen über die anderen. Aber das ist irgendwie, in diesem Mechanismus, glaube ich, funktioniert es. Und das könnte man jetzt in einem Drehbuch natürlich überhaupt nicht zur Darstellung bringen, weil da ist ja, das Drehbuch ist ja nur die unterste Stufe der Filmproduktion. Bis da, das schafft man nicht, in eine Bildsprache zu verwandeln. Bei meinem eigenen Schreiben, Du hast da ja einen sehr unverfrorenen Charakter geschaffen. Ich, in meinem, ja. Ja, würde ich doch sagen. Der Frau und Kind und alles verlässt und sagt, oh, es ist mir eigentlich wieder gut gelungen. Ja, er ist auch ja ein bisschen Opfer seiner Umstände, so würde er es sagen. Ich habe ja vielleicht zur Genese, wie ich auch zu Stondale gekommen bin, ich hatte 2019 dann das Angebot von Pipa, Herr Kaleiter, schreiben Sie mal einen lustigen Roman. Und ich wusste halt überhaupt nicht, wie das machen soll und was. Und dann fragte ich meinen lieben Freund Raphael Horzon, der auch heute Abend hier ist, der berühmte Unternehmer und Sachbuchautor, und sagte, was ist denn, wie, was soll ich denn da machen? Und dann sagte er, na, liest doch jetzt endlich mal Stondale Rot und Schwarz. Das habe ich dir auch schon zur Verlobung geschenkt. So, und dann habe ich das aus dem Regal geholt und das steht dann auch, das stimmt auch wirklich, da steht hier vorne drin, für meinen lieben Freund Timon, zur Mahnung, zur Erbauung und zur Verlobung. Herzlich Raphael Horzon, Berlin, 10. März 2017. Also da hatte ich schon zwei Jahre ungelesen im Schrank stehen und dann habe ich es gelesen und dachte, Wahnsinn, das ist ja genau wie ich. Also Julian Zorell ist ja genau wie ich. Und dann habe ich es einfach, ich habe es jetzt beim Wiederlesen, ich habe den ja dann vor vier Jahren ungefähr erstmals gelesen und dann jetzt halt nochmal. Und habe gedacht, das ist ja wirklich Wahnsinn, es ist ja wirklich alles eins zu eins bei Stondal geklaut. Also man wird nicht wieder erschrocken, aber es hat offenbar keiner gemerkt und ja, so kam ich. Ja, du bist mir auch nochmal näher gekommen, als ich jetzt erneut Rot und Schwarz gelesen habe. Vielen Dank, Raphael Horzon, dass dieser Anstoß kam, dass wir dann heute hier zusammen sitzen können und gleich den Stondal-Experten dann neben uns begrüßen können. Nun will ich einen Beginn vorlesen eines längeren Essays von Stefan Zweig über Stondal. Kein besonders guter Essay, aber der Beginn ist gut, deswegen habe ich ihn mitgebracht. Und da heißt es, wenige haben mehr gelogen und leidenschaftlicher die Welt mystifiziert als Stondal, wenige besser und profunder die Wahrheit gesagt. Seine Maskenspiele und Irreführungen zählen nach Regimentern. Also das schöne Lügen, das aber dann sehr wahrhaftig ist, ist ja etwas, was diesen ganzen Roman durchzieht und was ja auch den modernen Roman charakterisiert. Also die französische Literatur oder die europäische Literatur im Ganzen macht ja mit Stondal einen Sprung hin zu einer Literatur, die nicht das Tugendhafte in den Mittelpunkt stellt, die nicht das Wahre höher setzt als das Falsche. Also es ist eigentlich ein Blick auf die moderne, komplexe Welt, wo auch eigentlich diese ganz fundamentalen Urteile, die man auch glaubt, im 18. Jahrhundert zu treffen, nicht mehr gefällt werden können. Es gibt eine Stelle, an der Julien Sorel zu dem Schluss kommt, es gibt kein Naturrecht. Also es gibt nicht irgendein Recht, das drüber steht, sondern es gibt ein positives Recht. Und dieses positive Recht, das ist mal bei dem einen, bei dem anderen, aber man kann davon aussehen, dass die, die gerade sich gut aufführen, auch die schlimmsten Verbrecher wären, wenn sie in irgendeine Lage kommen würden, in der sie es sein müssten. Das heißt, diese Absage eigentlich an Metaphysik ist ja etwas, was bis heute so bestechend ist, weil ja eigentlich, auch wenn die Sprache eine völlig andere heute ist und die Spiele der Eitelkeit neue Kleider trägt, wir eigentlich uns da gar nicht so sehr von diesem Blick entfernt haben, oder? Ja, also jetzt beim Lesen habe ich auch nochmal gedacht, naja, er ist schon, also das ist jetzt 200 Jahre alt, also das spricht zu mir schon wie ein, bis auf die Sprache natürlich, zu großem Teils, aber es spricht zu mir schon wie ein, wie ein moderner Roman. Er ist eine moderne Figur, eine zerrissene, widerspenstige, widersprüchliche Figur, die, dabei aber auch eine wahnsinnig glaubhafte Figur in seiner Psychologie und wir glauben, wir folgen ihm ja auch in seiner Entwicklung glaubhaft, also eine widersprüchliche Figur, sehr modern, die mit denselben Problemen zu kämpfen hat, eigentlich wie der Mensch heute, 200 Jahre später. Also muss ich mich verstellen, um es hochzuschaffen? Die Antwort ist klar, ja, müssen wir alle in unseren Teilbereichen, da hat die Soziologie, das hat die uns ja alles erklärt. Wir müssen alle lügen, vor allem, also das Buch ist dementsprechend auch voll mit anthropologischen Konstanten über das Wesen des Menschen. Also ich denke dann auch immer, wenn ich so ein 200 Jahre alten Text lese, Wahnsinn, es steht eigentlich alles drin, was wir über den Menschen wissen können, über die Mechanismen des Individuums, der Zweisamkeit, der Liebe, der Leidenschaft, wie funktionieren Abhängigkeiten, Machtverhältnisse, wie das Begehren, das Wünschen, all das steckt da drin, das könnte man, wie soll man das noch so viel besser, jetzt in so einem neuen Roman, nochmal darlegen. Und das ist für mich, sowieso die eigentlichen Gründe, warum ich Literatur lese, ich will sagen, an den Kern des Menschlichen ran, was ist da über die Jahrhunderte gleich. Du bist ja Eitelkeitsforscher, sagst du immer zu mir. Stimmt das? Ja, ich sage so viel. Aber ja, es stimmt ja doch, also ich forsche ja an meiner eigenen Bestechlichkeit. Ja, aber du glaubst auch auch, dass man fast alle Aktionen, die wir so täglich beobachten und uns dann in geheimen Chats immer zuspielen, auf das Thema Eitelkeit zurückführen kann. Ja, und ich glaube, da gibt es eben dann zwei unterschiedliche Lager, nämlich man erkennt die eigene Eitelkeit oder man sagt, nee, also ich überhaupt nicht. Wenn ich jetzt hier großes Wort schwinge oder mich im Aktivismus ergebe, dann ist das ausschließlich für die Sache und hat mit meiner Eitelkeit nichts zu tun. Da würde ich sagen, lies mal Stondal, ich glaube, so ganz stimmt das nicht. Aber das ist vielleicht auch meine eigene Hoffnung, dass es so stimmt. Ja, meine Tendenz ist auch eher, dass die Leute, die behaupten, nicht eitel zu sein, besonders eitel sind und noch gefährlich dabei, weil sie ja die ganze Zeit einem nochmal unter Beweis stellen, dass sie auf jeden Fall ganz ehrenhaft ist und man selber eher der Fehlerhafte ist, das Mängelwesen, das sich offenbar noch nicht den höheren Prinzipien, was auch immer gerade verbessert werden muss, heimgegeben hat. Und wenn du jetzt eben von anthropologischen Konstanten gesprochen hast, dann könnte man einen gewissen Konservatismus vermuten, denn das ist ja tatsächlich etwas, was mich auch sehr beschäftigt, wenn ich zum Beispiel diesen Roman lese, dass man dort so unendlich viele menschliche Eigenschaften trifft, die in einem völlig anderen sozialen Kontext und zeitlichen Kontext stattfinden und dennoch hier in Berlin-Mitte gerade sein könnten. Und was sagt uns das eigentlich dann über Entwicklung aus? Also man kann jetzt ganz sozial, ökonomisch drauf blicken und sagen, ja, die ökonomische Situation der meisten Leute ist verglichen mit der ökonomischen Situation in der Restaurationszeit, also 1820er Jahre, besser, aber einige Dinge oder die anthropologischen Konstanten sind immer noch da. Das heißt auch, das Unglück und das Glück des Menschen sind davon erst einmal unberührt, also wenn es um die privaten Glückserfüllungen oder Versprechungen geht. Ja, also du hast es ja im Grunde selbst schon beantwortet. Ja klar, so scheint es zu sein. Wir wissen ja, wir müssen vorsichtig sein, so scheint es zu sein. Wahrscheinlich müssen wir den zeitlichen Horizont auf schon so grob die Moderne richten. Wir wissen nicht, wie es am Höfischen war. Aber es scheint so, wenn man das jetzt, die Jetztzeit und das vergleicht, scheinen sozusagen eben Fortschritt, einige gute zivilisatorische Leitplanken eingelassen worden zu sein. Aber das, was sich darin abspielt, ähnlichen Regeln zu folgen, erscheint. Wenn man sich dieses absurde... Antibiotikum haben wir auch, das ist auch hilfreich heute. Ja, genau. Wenn man sich dieses absurde Liebesspiel anschaut zwischen Julien und den beiden Frauen, diese Machtspiele von den anderen eifersüchtig machen, ihn fortstoßen, nur damit er wieder zu einem zurückkommt und all dieser ganze Horror, der einen ja auch immer in die Hölle der Leidenschaften zwingt und Paare an den Rand des Wahnsinns und so weiter. Das ist... Also da steht es halt schon drin. Und daraus hat sich bislang noch niemand so richtig befreien können. Weil es vielleicht keine Befreiung gibt? Ich weiß es nicht. Ich bin weder Anthropologe noch CDU-Mitglied. Ja, du lavierst dich da raus. Wir lassen es so stehen. Interessant ist ja, dass dieser Roman sich selbst immer mal wieder kommentiert. Auch das ist ein Zeichen seiner Modernität. Und so wird der Leser dann mitunter explizit angesprochen. Da heißt es, ach, Monsieur, ein Roman ist ein Spiegel, der eine Landstraße entlang spaziert. Mal spiegelt er das Blau des Himmels wieder, mal den Schlamm der Drecklöcher auf der Straße. Und der Mann, der den Spiegel auf seinem Rücken trägt, wird von ihnen der Unmoral beschuldigt. Sein Spiegel zeigt den Schlamm. Und sie beschuldigen den Spiegel. Beschuldigen sie lieber die Landstraße mit ihren Drecklöchern. Oder noch besser, den Beamten von der Straßenaufsicht, der zulässt, dass das Wasser faulig wird und ein Dreckloch entsteht. Es ist doch herrlich geschrieben, weil wir hier so viel über die Literatur auch erfahren, im Sinne von dem, was dann ja später Krakauer sagen wird, Filme sind ein Spiegel der Gesellschaft. Also hier ist die Literatur ein Spiegel der Gesellschaft. Und sie nimmt so alles mit rein im Gehen. Aber hier wird ja ein Prozess des Gehens beschrieben. Später wird die Kamera fahren und wird alles mit aufnehmen. Und hier haben wir jemanden, der flaniert, rennt, wandert durch die Welt und alles mit aufgreift. Interessanterweise ja kaum Paris. Also wir sehen das Paris von außen eigentlich gar nicht, sondern wir sehen nur die Salons, die Anterieurs. und wir sind aber ganz, ganz nah am Puls der Zeit. Also das ist ja erstaunlich. Ich weiß, dass du dich scheust bei deiner Literatur, moderne Worte zu verwenden. Du willst eigentlich so ein Wort wie E-Mail oder Skype oder Zoom oder solche Begriffe möchtest du nicht in deinem Roman vorfinden, um ihm eine Zeitlosigkeit zu geben. Denn wir wissen, 2135 ist die Stunde geschlagen. Ja, da denke ich immer, was ist denn, wenn das jemand in 50 Jahren, wenn ich jetzt, manchmal muss ich ja doch, ich saß zum Beispiel vor einem Jahr in einer Jury für so einen Preis, den ich da gewonnen hatte, dann musste ich auch in die Jury und dann musste ich 50 Romane lesen. Oder, also, die habe ich dann nicht alle so ganz gelesen. Aber, aber, äh, aber es ist, es ist wahrscheinlich echt mein Quatsch, aber wenn da auf Seite 3 schon Twitter steht in dem Text, dann denke ich mir, was zur Hölle? Heißt jetzt schon X. Ja, genau. Es heißt jetzt, genau. Das war immer mein Argument und das heißt jetzt schon X. Also, in 5 Jahren werden das die Leute, die das lesen, schon nicht mehr verstehen. Und dann denken wir, was, wie klein, wie klein kann man denken? Also, nur auch nur, ich würde auch sagen, nur Worte benutzen, die auch schon ganz, ganz, ganz lang in Gebrauch sind. Aber das war gar nicht die Frage. Aber das ist eher so der Ernst-Jünger-Stil, der sich dann Bahn bricht. Da hat Heiner Müller mal gesagt, das Problem ist bei Ernst-Jünger dann, dass er dann eigentlich keine alltäglichen Situationen mehr beschreiben kann, weil er dann sagen muss, wenn er in die Stadt fährt, um nochmal ein paar Sämereien für den Garten zu kaufen, für derlei Fahrten bediente ich mich des Rades. Dann kommt man sehr ins Antiquierte vielleicht. Und Stendal ist ja das Gegenprogramm. Wir haben ja hier, also ich habe diese Ausgabe vom Hansa Verlag, sehr schön übersetzt von Elisabeth Edel, wo wir einen dicken, dicken Anhang haben und man muss nicht alles nachvollziehen, nicht alles nachlesen. Nur wenn es einen interessiert, kann man hinten reinschauen und man merkt, okay, das hat jetzt alles gerade mit irgendeinem Diskurs über Chateau-Priand oder irgendeinem anderen Schriftsteller zu tun. Das war eigentlich ein Jahr früher, aber von Stendal wurde es anders datiert. Das heißt, wir haben hier den ganzen Zeitgeist drin, eigentlich eher so, wie auch ein Reinhard Götz arbeiten würde. Stimmt, das heißt, du willst sagen, ich muss meine Technik nochmal grundlegend überdenken. Es gibt wahrscheinlich verschiedene Ansätze, um ein Klassiker zu werden. Klar, aber man muss natürlich sagen, die Zeit raste natürlich 1820 in den 20ern noch nicht so schnell, die Entwicklung war noch nicht, sozusagen, man konnte, gut, es war eine Revolutionszeit, deswegen stimmt dieses Argument auch nicht so ganz, aber vielleicht dachte man noch, also die technologische Entwicklung, das ging natürlich noch nicht in dieser enormen Rasanz, vielleicht war Stendal da einfach hoffnungsfroher, dass das alles noch die Zeit überdauert. Ja, aber es hat natürlich, es ist sehr, es ist ja teilweise auch sehr, fast schon reportagenhaft, also wie er in die Pariser Gesellschaft reingeht und die beschreibt. Er kannte sich da aus, er hat ja auch schon auf seinen Reisen zuvor auch gearbeitet journalistisch und hat es ja sozusagen diesen Stil ja wirklich perfektioniert. Und es ist, also man glaubt sofort, dass es genau so gewesen ist, die Manierismen, wie dort gelästert wird, also in diesen Hochadelkreisen, bis ins kleinste Detail, es ist halt so präzise beschrieben in dieser, der klaren, und das ist ja auch, warum der Roman so zeitlos klingt, obwohl man merkt, die Sprache ist alt, aber sie ist eben nicht so alt wie manch anderes. Man muss überlegen, als es geschrieben wurde, lebte Goethe noch. Während in Deutschland noch so muffige Zeugs geschrieben wurde, kam das raus. Aber Goethe hat es geschätzt. 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 Ich weiß, ich weiß. Er hat gesagt, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber er war auch altersmilde. Er war ja schon. Also ja, es ist sehr nah dran. An dem Zeitgeist muss es gewesen sein. Aber wenn man es so macht, würde ich sagen, gut, dann geht es auch. Dann geht es auch. Dann kann man auch Twitter reinschreiben. Wir haben eine ganz besondere Liebesgeschichte, also die eigentlich größere Liebesgeschichte. Die eine ist ja mehr Intrige und ist sehr einseitig von ihr aus, also von Mathilde aus. Bei Madame de Renal ist es etwas anderes. Also man erfährt am Anfang, dass wir es hier mit einem hochtalentierten Jungen zu tun haben, der sich die Bibel auf Latein angeeignet hat, damit jede Abendgesellschaft beeindruckt. Und so wird der Hauslehrer bei einem konservativen Bürgermeister, der eine Frau hat, die sehr attraktiv ist. Er soll aber die Kinder unterrichten und nicht die Frau. Aber man ahnt schon, wohin das Ganze geht. Und so kommen die beiden sich näher und treffen sich dann zu einem Stell-Dich-Ein, bei dem nie so ganz klar ist oder deutlich wird, wer ist denn jetzt eigentlich der Dominante da, denn die zerren aneinander beziehungsweise tricksen einander aus. Aber eine Innigkeit ist da, die ja dann bis zum Schluss auch da und bleibt so viel davon an dieser Stelle verraten. Und das Interessante ist, dass dies ja eine Liebesgeschichte ist in der Provinz angesiedelt. Und da heißt es dann relativ früh, In Paris wäre Julians Verhältnis zu Madame de Renal sehr schnell einfacher geworden. Doch in Paris ist die Liebe ein Kind des Romans. Der junge Hauslehrer und seine schüchterne Herren hätten in drei oder vier Romanen und selbst in den Couplets des Gymnasien Aufklärung über ihre Verhältnisse gefunden. Die Romane hätten ihnen die Rolle vorgezeichnet, die sie spielen, das Vorbild gezeigt, nicht dem sie nacheifern mussten. Und früher oder später hätte die Eitelkeit Juliard gezwungen, diesem Vorbild, wenn auch ohne große Lust und vielleicht sogar widerwillig, zu folgen. Das heißt, wir haben also eine Liebe in Paris, die schon vorgefertigt verläuft oder man hat verschiedene Formen der Liebe, wie sie so sind. Und das kennen wir aus dem Alltag, wenn das Swipen erfolgreich war und dann trifft man jemanden und denkt, den Dialog habe ich doch gestern in der Serie auch schon gehört. Und hier aber ist es eine Liebe, die in gewisser Weise etwas Neues, Frisches hat, weil es noch nicht einstudiert ist. Wie macht man das da eigentlich, wenn diese etwas ältere Frau Begehren zeigt für diesen Jungen und der Junge noch etwas unerfahren, aber um seine Schönheit wissend darauf reagieren muss? Es sind eigentlich für mich die schönsten Passagen des gesamten Romans, die beiden aufeinandertreffen. Also ich warte immer wieder, bis Madame de Renal auftaucht. Geht dir das auch so? Ja, natürlich. Und man ist ja so, dass man ihm eigentlich schon in diesem ersten Teil des Romans wünscht, dass er einfach jetzt da bleiben soll. Also er soll irgendwie, wird doch glücklich mit ihr. Es wäre so schön. Bring den Alten um. Ja, bring den Alten um und lass ihn in den Brunnen fallen oder sowas. Das muss ja gehen. Aber das Problem ist ja eben, weshalb es ihm nicht gelingt, er ist ja wirklich nicht zu einer aufrichtigen Liebe fähig. Ja. Was ja irgendwie in dieser Eitelkeit, aber auch in dieser, er ist ja eine gebrochene Seele schon von Kindesbeinen. Er ist also nicht fähig zu lieben, in dem Sinne sich auch als derjenige, der er ist, zu erkennen zu geben, als zerbrechlich oder als weich und voller Angst, sondern ihm steht ja im Weg, dass er jede erotische Situation als Machtspiel nur begreifen kann. Er kann das nur, weil er immer dauernd diese Angst hat, weil er ja auch diesen Minderwertigkeitskomplex hat vor den höheren Schichten, diesen massiven Minderwertigkeitskomplex. Und er denkt, er sieht auch in jeder Annäherung ja immer die Gefahr, dass man ihn nur reinlegen will. Und deswegen gelingt es ihm ja bis zuletzt nicht, sich mal ernsthaft auf eine Liebe einzulassen, sondern er kennt es nur als Machtspiel. Eben weil sein Stolz, es ist ein gigantischer Stolz ihm da im Weg steht. Was ist, wenn die das nur macht, weil die mir jetzt alle einen Streich spielen wollen? Aber trotzdem ist es so schön, wenn er seine Leiter ans Fenster lehnt und da hochklettert. Es ist so toll. Und wie dann eben halt in Texten dieser Zeit dann ja auch nur so gesagt wird, dann folgten schöne Stunden. Wir blenden mal lieber ab. Ja, und es ist so nett und so stelle ich mir das natürlich auch. Ich möchte auch gerne mit der Leiter nochmal da irgendwo hochklettern und der Reiz ist... Ja, jetzt pass auf, es wird ja auch gefilmt. Ach so, ja, stimmt, stimmt. Gott. Ja, wir lassen es einfach mal so. Also Leitern gibt es, Häuser auch. Wir schauen, was passiert. Simone de Beauvoir hat Stendal als den zärtlichen Freund der Frauen genannt. Und ich habe darüber nachgedacht, wäre erst ein bisschen verblüfft, würde aber dann doch sagen, ja, es stimmt ja. Es ist ja keineswegs so, dass, auch wenn wir es mit so einer eitlen Hauptfigur zu tun haben, diese Frauen schlecht wegkommen. Also sowohl Mathilde nicht und es ist ihr Vater, der schlecht wegkommt, aber es ist nicht Mathilde, also auf die er später trifft und durch die er dann eigentlich den völligen Aufstieg schaffen kann. Und dann, ja, gibt es eine Intrige im Hintergrund, die das im letzten Moment dann verunmöglicht. Aber auch Madame de Renal wird ja als eine Frau uns gezeigt, die von einer ungeheuren Modernität ist und die vor allem auch klüger ist als ihr Ehemann. Das ist auch nochmal so ein Indiz für diese Modernität. Also wenn wir schauen, welche Frauenfiguren dann vielleicht ein Goethe geschaffen hat. Man will jetzt nicht alles über einen Kamm scheren, aber es ist sicherlich so, dass hier Frauenfiguren auftreten, die wir jetzt durchaus in einem Film sehen könnten, der Berliner Schule beispielsweise. Ja, ich meine, das Buch kam nochmal 30 Jahre oder 40 Jahre vor Madame Bovary raus und diese Frauen wollen auch alle ausbrechen von ihren grobschlechtigen, hässlichen, nur dem Protz und dem ganzen Protz dienenden Männern, die ihr keinerlei seelische oder Gefühlsnähe offenbaren können. Und gerade Mathilde, die ja in dem Hochadel von diesen ganzen anderen Cousins und anderen jüngeren Adelsgenossen ja umgarnt wird mit allen Mitteln, will das ja nicht, sondern sie will ja auch raus aus diesem Zwang und träumt sich ja dann sozusagen auch in so heroische Zeitalter zurück und ist ja dann, verliebt sich ja in dem Moment so unsterblich in ihm als Julien, den Dolch, das Schwert so umständlich, das ist ja auch so eine wahnsinnig witzige Szene, weil in diesem Moment, wo er mit dem Schwert an ihren Hals will, um ihr zu sagen, du führst mich nicht ins Licht, es ist auch so wahnsinnig lustig geschrieben, ich wende die Stelle jetzt nicht, wo dann steht, dass er dieses Schwert, was so an der Wand hängt, nur so als Zier, das so ganz umständlich erst da raus, in diesem Affekt, so ganz umständlich erst da rausbekommt und aber in dem Moment, in dem sie dann die Klinge an der Kehle hat, verliebt sie sich so sehr in ihn, weil sie ja natürlich auch irgendwie so was Heldenhaftes sucht. Alles ist zum Scheitern verurteilt. Kann es nicht mehr geben, also das ist schon der Post-Heroismus avant la lettre, könnte man sagen und damit sind wir eigentlich schon bei dem anderen Fass, das wir richtig aufmachen müssen jetzt, nämlich dem der Ironie. Was ist da eigentlich los? Haben wir es hier mit einem ironischen Roman zu tun? Wir hören als Selbstauskunft über Julien Sorel folgendes, ich bin wie einer, und da muss ich wirklich sehr an dich denken, Moment, ich bin wie einer, der vom Tisch aufsteht aufsteht und ruft, morgen esse ich nicht, was mich kein bisschen daran hindern wird, so kräftig und vergnügt zu sein wie heute. Wer weiß, was man auf halbem Weg zu einer großen Tat empfindet. Ja, schön. Ja, toll. Du befindest dich doch auch, wenn ich so an unsere Freundschaft denke, auch immer so auf dem halben Weg zu einer großen Tat, oder? Ja, also wenn du es so empfindest, also ich empfinde es auf jeden Fall so. Wie ist das Gefühl dann? Ja, also das für kurz mal denken, man würde jetzt was machen, ist natürlich sehr viel angenehmer als jetzt zu Tatschein. Wirklich, ja. Also bei Martin Wald ist es ja so, dass die immer dann mal ausbrechen und dann kommt man aber zum Beispiel in die Familie zurück. Wie beim Traumschiff. Im Prinzip ist es dieselbe Struktur. Das mögen wir beide so gerne, das Traumschiff, weil das Leben kriegt eine kleine Delle, weil da ist dann mal der jugendliche Liebhaber an Deck, aber nein, am Ende muss dann doch in den Hafen gesegelt werden. Und so... Bei Walser ist es ein bisschen drastischer formuliert, da heißt es, die Familie ist ein Elendsverband, so etwas verlässt man nicht. Ja. Aber man schwimmt oft noch mal raus, aber man weiß, dass man schon rechtzeitig umkehrt. Das ist so ein Motiv, ja so endet, glaube ich, ein fliehendes Pferd und viele andere enden ja immer auf dem Bodensee, man schwimmt noch mal raus, aber man kommt schon wieder zurück. Oder man verkündet, ab morgen wird es was ganz anderes. Verlasst euch drauf. Wie ich es dem Verlag sage, verlasst euch drauf. Hochfliegende Pläne. Ja, wie würdest du diese Ironie, die jetzt nicht komplett den ganzen Roman grundiert, aber die doch sehr häufig aufblitzt, charakterisieren? Ich habe da viel drüber nachgedacht. Ich bin nicht zu einem Punkt gekommen, weil... Das ist schlecht jetzt für den Punkt. weil es wurden jetzt schon hundertmal das Ende der Ironie ausgerufen, also wirklich in jedem Jahrzehnt mindestens einmal von irgendwem. Ja, oder das Elend der Ironie. Genau. Jadaya Purdy hat das ja damals dieses Buch geschrieben, also ihm ging das ja gegen den Strich, diese 90er-Jahre-Ironie. Genau. Und heute ist sie aber, wenn man sich jetzt mal so, das weiß ich nicht, dieses Fernsehprogramm anschaut, also so ein Format wie jetzt Jan Böhmermann, arbeitet ja auch dauernd mit ironischen Mitteln. Aber mit einem anderen Ernst doch. Genau. Also hier ist der... Also wenn wir jetzt, wir wollen jetzt nicht um Klicks zu generieren, sagen, lass uns mal über Böhmermann und Harald Schmidt reden. Aber wir würden ja doch einen Unterschied ausmachen können. Genau. Also es gibt ja die, also zu meinem Laienverständnis würde ich sagen, es gibt natürlich die Ironie, die von vornherein zu verstehen gibt, wie sie gemeint sein will. Und es gibt die, wie ich sie hier so verstehe, in dem, wo Stendhal den Leser ja komplett alleine lässt mit der Bewertung. Das ist ja der entscheidende Punkt hier. Vielleicht ein Grund auch, warum er eben komplett nicht gelesen wurde zu seiner Zeit. weil das sozusagen die Aufgabe, die er den Leserinnen und Lesern stellte, ja eben darin bestand, das komplett selbst entscheiden zu müssen. Es gibt keine Handreichung, wie diese Ironie zu verstehen ist. Und das wäre für mich die Interessantere. Also man wird ja, es ist sozusagen, das Bild ist kitschig, aber es ist natürlich schon ein Spiegel für den Einzelnen und man muss schon hineinsehen wollen. Und aus dieser Ironie, die darin ist und die alle Fragen offen lässt, nämlich, Herr Stendhal, wie stehen Sie denn jetzt zu diesen Handlungen da? da macht er sich keine Position zu eigen. Und das ist ja das eigentlich Interessante der Ironie, wenn man es offen lässt. Und heute haben wir eigentlich eine Ironie, die uns sofort zu erkennen gibt, wo eigentlich die richtige Seite ist, auf der man stehen sollte. Würde ich jetzt so grob sagen. Ja, da bist du vorsichtig. Also, ich rede ungern nur über die Gegenwart. Ja, ja, ja. Also ich empfinde es so, wenn überhaupt, also das ist die eine Tendenz, die es gibt, also die Ironie, die uns aber immer schon auf den richtigen Platz weist. Oder es ist überhaupt nicht mehr ironisch und jede Form der Ironisierung, die eingezogen wird in irgendeine Debatte, ist gleich als schändlich darzustellen, weil sie die Perspektive der Opfer nicht ernst nimmt und dergleichen. Und außerdem habt ihr noch gar nicht über den Klimawandel heute Abend gesprochen. Und ist das nicht eine merkwürdige Atmosphäre, in der man da ist, wenn man zugleich weiß, was ironisch möglich ist und wie demaskierend Ironie sein kann? Und zugleich ist aber heute so eine große Vorsicht davor. Ich glaube schon, dass wir so ein Zeitalter haben, in dem man so eine Infantilisierung erlebt, in der Form, dass man Handreichungen geben will. Deswegen muss die Ironie klar erkennbar sein. Deswegen können wir den Leuten eher nicht zutrauen, müssen auch noch mal sie in die richtige Richtung natschen. Und dafür darf natürlich alle Ambivalenz, die Ironie so produzieren könnte, überhaupt nicht entstehen. Also ich denke, dass das ein großes Phänomen, ob Problem, weiß ich noch nicht, das müssen wir jetzt verhandeln, unserer Zeit ist. Es scheint mir so zu sein. Ich kann da, die Anwälte habe ich hier, aber ich kann nur sagen, für meinen Teil versuche, mich dem nicht zu beugen. Ungebeugt seit 1980. Sondern einfach sozusagen, ja auch auf sein Gefühl, also wenn man auch so über seine Rezeptionsgeschichte so einen gewissen Sinn dafür entwickelt hat, die Dinge meinetwegen ironisch auszudrücken und so sollte man sich nicht, würde ich sagen, würde ich allen raten, sich nicht, keine Angst zu haben, die Dinge so aufzuschreiben, wie sie einem, oder zu sagen, wie sie einem lustig vorkommen und dann sollen sich doch die anderen dazu verhalten. Ja, und würdest du denn sagen, dass wir durch so eine neue Politisierung der Gesellschaft vielleicht die Ironie so ein bisschen zur Seite geschoben haben, dass man sagt, wir müssen jetzt aber auch über die ernsten Themen sprechen. Also wenn wir das jetzt mal historisch einordnen, dann ist es ja so, dass wir hier eine Restaurationszeit haben und wir haben hier einen Außenseiter-Schriftsteller, der einen Außenseiter zeigt und der dadurch diese Ironie vermitteln kann, aber sie ist ja nicht gang und gäbe in den Salons, in denen er sich befindet. Das ist ja eine Außenseiterposition, das ist ja nicht sinnbildlich für die Zeit, dass es ironisch war, sondern das ist das Neue, was er hineinbringt. Wenn wir auf die 90er Jahre blicken, dann ist die Ironie Mainstream geworden, alles ist irgendwie ironisch bis hin zum letzten kommerziellen Musikvideo und dann aber kehrt so eine neue Politisierung ein, eine neue Ernsthaftigkeit angesichts der Polykrise und dann verbietet sich eigentlich Ironie, weil ja eigentlich schon fünf vor oder fünf nach zwölf ist. Das bedeutet aber doch eigentlich, dass wir jetzt wieder die Außenseiterposition brauchen, Schriftsteller wie dich, ich weiß es nicht, die jetzt wieder in die Salons hineinbringen, diese Ironie beziehungsweise diese so ernsthafte Zeit so ironisch schildern. Also es ist ja in den 90ern irgendwann auch schwierig geworden, dann noch was zu ironisieren, weil das ohnehin schon alles so war. Also man kann die Generation Golf, die Florian Illys ja dann gekennzeichnet hat, die alles mit Anführungszeichen versieht, dann ja auch nicht mehr auf die Schippe nehmen, weil sie das selbst laufend tut. Jetzt mit so einer neuen Ernsthaftigkeit ist es natürlich wieder leichter, mit Ironie auch vielleicht zu provozieren. Das ist es ja in jedem Fall. Ich muss aber auch sagen, das ist ja kein, also mein Roman ist ja kein ironischer Roman, sondern es ist, der hat eine Sprache, die Sprache, das ich erzähle, das ist eine, die uns eben auch den Leser allein lässt mit der Bewertung. Das ist nicht so ironisch, wie ich fahre jetzt, der fährt jetzt nicht ironisch irgendwie Mofa oder sowas, oder was man das so macht, weiß ich nicht. Oder zieht sich einen ironischen Hut auf, das ist kein ironischer Roman. Das gibt es ja auch, diesen Trend, die Ironie der Mode, ja. So, genau, das gibt es ja überall, sondern man muss die, tja gut, das habe ich ein bisschen den Faden verloren, aber ich. Obwohl ich manchmal gar nicht weiß, ob das wirklich die Ironie der Mode ist, also in Berlin, ich komme ja aus Koblenz, da sehen die Menschen ja völlig anders aus, aber wenn ich so durch Berlin gehe, bin ich mir nicht sicher, ich war eben in Berlin-Mitte, ob dort ironisch diese Hüte und Frisuren getragen werden oder ob Sie es nicht doch ernst meinen. Ja, alles hat seine Zeit und da werden wir nachher mal noch das Publikum befragen, wie das so aussieht. Wir wollen uns diesem Ironie-Thema noch einmal nähern mit einem Philosophen. Deswegen kommt jetzt eine Definitionshilfe. Weil es natürlich aber auch die, also eine ironische Haltung zu haben, bedeutet ja natürlich nicht, dass selbstredend nicht, dass man das nicht ernst meinen würde. Aha. Aha, jetzt kommt der feine Herr aus Slowenien. Nein, aus Stanford, das ist Richard Rorty. Das ist nicht Slavoj Žižek. Slavoj Žižek ist ja ein Ironie-Gegner, er will ja, dass wir zum Akt übergehen, aber Richard Rorty ist ein liberaler Philosoph, der ja dieses Buch 1989 veröffentlicht, Kontingenzironie und Solidarität. Das ist erstaunlich in dieser Kombination. Vielleicht kehren wir das noch auf, warum es diese Kombination gibt, aber erst einmal wollen wir mal so eine Definition bekommen von Richard Rorty und er sagt, ja, es gibt Leute, die mit einem abschließenden, oder er sagt, wir sind alle, haben wir ein abschließendes Vokabular. Wir haben also ein Sortiment von Wörtern, mit denen man seine Handlungen rechtfertigt und seine Überzeugungen deutlich macht. Und nun sei es aber so, dass es einen kleinen Teil eines abschließenden Vokabulars gibt, das aus blassen und dehnbaren, allgegenwärtigen Begriffen wie gut, richtig und schön besteht. Und der größere Teil besteht aus dichteren, eher starren und engeren Begriffen, zum Beispiel Christus, England, fachliche Normen, Anstand, Freundlichkeit, die Revolution, die Kirche, progressiv, rigoros, kreativ. Die engeren Begriffe leisten den Großteil der Arbeit. Und jetzt sagt er, Ironikerin werde ich eine Person nennen, die drei Bedingungen erfüllt. Sie hegt radikale und unaufhörliche Zweifel an dem abschließenden Vokabular, das sie gerade benutzt, weil sie schon durch andere Vokabulare beeindruckt war, Vokabulare, die Menschen oder Bücher, denen sie begegnet ist, für entgültig nahmen. Zweitens, sie erkennt, dass Argumente in ihrem augenblicklichen Vokabular diese Zweifel weder bestätigen noch ausräumen können. Drittens, wenn sie philosophische Überlegungen zu ihrer Lage anstellt, meint sie nicht, ihr Vokabular sei der Realität näher als andere oder habe Kontakt zu einer Macht außerhalb ihrer selbst. Ironikerinnen, die einen Hang zur Philosophie haben, meinen weder, dass die Entscheidung zwischen Vokabularen innerhalb eines neutralen und allgemeinen Meta-Vokabulars getroffen wird, noch dass sie durch das Bemühen gefunden wird, sich durch die Erscheinungen hindurch einen Weg zum Realen zu bahnen, sondern dass sie einfach darin besteht, das Neue gegen das Alte auszuspielen. Es ist genau das, was ich sagen wollte, als ich gerade den Faden verloren habe. Es ist wirklich genau das. Schön. Denn ich habe es mir fast gedacht. Und was ja hier nochmal so deutlich wird, ist dieses abschließende Vokabular. Und Gott taucht da auch auf. Und wir haben es bei Julien Sorel mit jemandem zu tun, der sagt, ja, mit dem Militär geht es nicht mehr, Napoleon ist passé, Klerus ist eigentlich eine gute Idee, an Gott glaube ich aber nicht. Als er aber dann all diesen Prunks sieht und dem Bischof begegnet, ist er doch ganz angetan davon. Und ich sah dich auch so gleich, wie du auch dann plötzlich noch dir die Stola überhängst und sagst, ja, warum nicht, wäre auch mal eine Möglichkeit. Also wir haben es doch... Okay, gut. Das lässt mich jetzt so ein bisschen als willenlosen Mitläufer... Nein, überhaupt gar nicht. Als kreativen Selbstentwerfer. So sehe ich dich eher. Wir sehen ja aber auch in dem Roman doch immer wieder, dass sozusagen derjenige, der mittellos die Welt betritt, also am meisten Druck hat, zu heucheln und zu lügen und sich zu verstellen. Das ist ja, also hier, und das ist ja auch was, was wir heute natürlich genauso erfahren. Wer heute auf die Welt kommt mit zehn Eigentumswohnungen etc., wird deutlich weniger Menschen nach dem Mund reden müssen, als derjenige, der sich jetzt, sagen wir mal, der jetzt aus der Provinz von einem Kfz-Mechaniker-Sohn es in die Berliner Medienbranche schaffen will. Der muss wahrscheinlich schon ab und zu mal denken, sagen sich, das sehe ich jetzt vielleicht ganz anders, aber ich tue jetzt mal so. Und das, weil für ihn das Vokabular, und dann geht es vielleicht nur noch über die Ironie mit dem, mit dem Ja, also innerlich dann vielleicht mit der Ironie, um sich davon zu befreien. Aber was Richard Rorty als Liberaler eigentlich hier ja tut, ist zu sagen, es gibt also keine festen Konstanten mehr. Er könnte auch hier noch dazuschreiben, wie es bei Rot und Schwarz auch heißt, es gibt kein Naturrecht. Da ist nicht mehr irgendetwas Übergeordnetes und die Begriffe, die verwendet werden, die kenne ich, die verwende ich jetzt gerade, aber auch eigentlich nur, weil ich sie schon mal in einem Roman gelesen habe. Und die Worte, die jetzt gerade hier im Umlauf sind, die so absolut so abgeschlossen gesetzt werden, sind auch nur welche, die wieder irgendwo aufgegriffen werden. Und das kennen wir natürlich aus Gegenwartsdiskursen allzu gut. Wenn man mal gerade für diese eine Seite ist und dann läuft die nächste Sau durchs Dorf und dann sind sich alle ganz sicher, dies ist jetzt das große Thema. Und wir sind ja beide doch von einem gewissen guten Gedächtnis befallen. Du vor allem. Du sagst ja, du hast ein Elefantengedächtnis. In gewisser Weise, ja. Ich habe ihn gar nicht. Ja, bei uns fallen doch schon dann immer so Dinge auf, wenn aber Moment mal, vor einem Jahr haben die das doch noch alles völlig anders gesagt. Ja, und das ist ja das Irritierende. Und da das aber keine Ironiker sind, also die nicht auftreten und sagen, ja, ja, so ist das halt, sondern sie wieder mit demselben heiligen Ernst dies verkünden und diese Absolutheit setzen, sind wir dadurch irritiert. Und ich habe mich beim Lesen dieses Textes von Rorty und auch beim Lesen des Romans gefragt, ob ich am Ende doch ein Liberaler bin, was ich immer als ein bisschen Dekutant empfunden hatte. Ja, wir ertappen uns ja dann häufig doch, wenn unsere Tage so beginnen, ich plaudere jetzt ein bisschen aus dem Nächelchen, dass Wolfgang mir wieder irgendwas schickt, was ihn wahnsinnig aufgeregt hat. Und so beginnt der Tag ja immer gleich mit einer großen Wut im Bauch. Dann fragen wir uns auch wirklich, also das ist doch wirklich, also wie kann denn das sein? Das war doch wirklich, wir haben es doch hier schwarz auf weiß. Und dann manchmal konfrontieren wir ja auch Menschen aus unserem Bekanntenkreis, wir wollen bloß keine Namen nennen, mit ihren, mit ihren, ja, absoluten Ideen, die mal aber vor einem Jahr noch ganz anders klangen. Und ja, und so füllen sich doch unsere Tage. Ja. Recht sinnvoll. Vielleicht sollten wir das in einen ironischen Roman verwandeln. Weißt du, was metastabil ist? Das klingt wie ein ganz moderner, neuer Begriff, ein Jugendwort. Klingt wie eine Band. Das ist ein Begriff von Zachtre. Und Rorty erklärt, was damit gemeint ist, nie ganz dazu in der Lage, sich selbst ernst zu nehmen, weil immer dessen gewahr, dass die Begriffe, in denen sie sich selbst beschreiben, Veränderungen unterliegen. Immer im Bewusstsein der Kontingenz und Hinfälligkeit ihrer abschließenden Vokabulare, also auch ihres eigenen Selbst. Und da dachte ich, das ist doch etwas, was auf den Julien Sorel sehr zutrifft, dieses Metastabil, oder? Ist er nicht derjenige, der sich doch am Ende nicht ganz selbst gewiss ist, der dieses Selbstbewusstsein immer wieder an den Tag legen kann und der vielleicht ganz am Ende dieses Romans erst bei seinem Selbst ankommt? Ja, aber da wäre ich natürlich auch schon vorsichtig, ob er am Ende bei seinem Selbst ankommt. Oder ist es auch wieder wie ein Theaterstück, was er uns da inszeniert? Naja, wenn man sich überlegt, wie er in der Gefängniszelle am Ende sitzt, das Todesurteil ist schon gesprochen, dann hat er ja diesen Moment, wo er sagt, jetzt hat er endlich verstanden, dass er Maradam Renal, der Renal, die ihm besogen kommt, eigentlich tatsächlich immer geliebt hat und sie ihn auch geliebt hat. Aber dann ist es doch auf den letzten Seiten auch schon wieder, wenn er da auch zum Schafott geht und so, dass er schon wieder sich selbst was vorlügt und dann sagt er auch, er hätte zurückgefunden zum Glauben, jetzt endlich wäre er fromm, aber es ist doch schon wieder alles falsch. Wenn ich hier gerade nochmal ganz am Ende, wenn er da in dem Knast sitzt und dann, er wacht gerade, er weiß, jetzt ist das Todesurteil gesprochen. Die feuchte Luft in diesem Kerker lässt mich ans Alleinsein denken. Achso, ja, nee, also er wacht gerade. Es ist der Tag nach der Gerichtsverhandlung, wo er ja zum ersten Mal offen gesprochen hat. Das ist ja der Scherz. Also zum ersten Mal vor Gericht, er soll eigentlich sagen, er ist unschuldig und dann ist er schon so rangiert, dass es vielleicht auch, dass er freigesprochen werden könnte, aber dann hält er zum ersten Mal ja eine aufrichtige Rede und hält sozusagen der Gesellschaft den Spiegel vor. Das ist der sozialkritische Roman dann kurz. Genau, aber das ist ja eben auch dann eben nicht das Ende der Geschichte, sondern er ist ja dann, wenn er am nächsten Tag dann nach dieser selbstgewählten Schuld in dem Kerker aufwacht und Mathilde ihn besucht, weinend. Sie sagt, wie konntest du das machen? Er fand Mathilde wie durch sechs Monate Krankheit verändert. Sie war tatsächlich nicht wiederzuerkennen. Und dann sagt er zu ihr, habe ich nicht schön ausgesehen gestern, als ich das Wort ergriff? Also sozusagen wahnsinnige Eiligkeit, erwiderte Julien. Ich improvisierte und zum ersten Mal in meinem Leben. Allerdings steht zu befürchten, dass es auch das letzte Mal war. Also das ist ja schon nach seiner, ich weiß jetzt, wie es richtig ist, ich habe es mir selbst gefunden, aber natürlich sah ich schön aus vor Gericht. Da denke ich, das wäre, also wenn du jetzt morgen, sagen wir mal, des Mordes beschuldigt wirst und vor Gericht... Würde ich mir auch erst die Frage, welcher Anzug soll es denn sein, stellen. Eben, wie sah ich aus? Es ist so entscheidend. Und so ist, so macht er es auch. Also geläutert ist er am Ende nicht. Und das ist ja eben auch das Schöne. Er ist nicht geläutert. Das ist doch auch dieses herrliche Bild von der Schauspielerin Ingrid van Bergen, die ja aus dem Affekt ihren Mann in einem Eifersuchtsanfall erschossen hatte. Da gibt es doch dieses tolle Bild, wenn sie vor Gericht ist und hat sich so einen Kranz geflochten. So wie so fast nonnenhaft tritt sie da auf. Also wunderbar, die Inszenierung. Ja, für irgendwas muss es ja gut gewesen sein. Und du hast vollkommen recht. Und es gibt aber dann vielleicht doch nochmal so eine innere Ansprache. Also es durchzieht sich ja hier auch immer wieder ein innerer Monolog, der einfach unvermittelt auftaucht, der jetzt nicht groß eingeführt wird. Und da heißt es, warum immer noch heucheln und gleichzeitig die Heuchelei verfluchen? Das ist ja auch das Interessante, also dass er immer wieder auch diesen Missstand beklagt. Es ist nicht der Tod, nicht der Kerker, nicht die feuchte Luft, sondern die Trennung von Madame de Renal, was mich bedrückt. Wenn ich in Verriess wochenlang im Keller ihres Hauses versteckt leben müsste, um sie zu sehen, würde ich darüber klagen. Der Einfluss meiner Zeitgenossen siegt, sagte er laut und mit bitterem Lachen. Ich rede mit mir selbst, zwei Schritte vom Tod entfernt und heuchle immer noch. Oh, 19. Jahrhundert. Ja, das ist so schön. Ja, 19. Jahrhundert. Also perfekter kann man es nicht. Oder O21. Jahrhundert kann man dann nicht mehr unterscheiden, oder? Ich will ja gar nicht so oft diesen Scherz machen, aber ich wollte diesem Roman, ursprünglich meinem Roman, eigentlich den Titel geben und da wusste ich noch gar nicht, dass der ursprünglich hieß Chronik des 19. Jahrhunderts. Und ich wollte, das wusste ich das noch nicht, und ich wollte aber meinem Roman den Titel geben, die Geschichte der Bundesrepublik in einfacher Sprache. Das fand ich so lustig, aber der Verlag fand das, nee, das versteht niemand, machen Sie lieber die Geschichte eines einfachen Mannes. Ja, also da auch wieder, die Ähnlichkeiten sind frappierend. Wenn wir jetzt über die Ironie in diesem Roman noch einmal nachdenken und wenn wir noch uns das vergegenwärtigen, was Rottie gesagt hat, dann können wir uns ja auch fragen, inwieweit die Ironie überhaupt kritisch ist, also im Sinne von, es ist ein kritischer Roman. Das ist ja auch immer eine Frage bei Thomas Mann beispielsweise, der ja auch zum Ironischen neigt. Und da stellt sich ja auch die Frage, ist diese Ironie am Ende Affirmation, also Bestätigung der Verhältnisse, oder ist die Ironie wirklich subversiv? Denn man kann ja auch, und das ist ja die Kritik von Slavoj Žižek oder auch von Purdy und vielen anderen, mit dem ironischen Zustand, mit der ironischen Haltung eigentlich alles machen. Also das ist ja zum Beispiel Žižeks Beispiel bei Full Metal Jacket, dass man dort den effizienten Kämpfer wirklich hat, der nicht tatsächlich Patriot ist und an den Krieg glaubt, sondern der, der es auf ironische Art vollführt, der noch eine Friedenstaube auf dem Helm trägt. Der ist am Ende der effizienteste Killer, während der, der sich total mit dem Militär identifiziert, dann ja die Waffe schon nach dem ersten Teil gegen sich selbst richtet. Was würdest du sagen, haben wir es bei der Ironie per se mit etwas Subversiven zu tun oder ist es vielleicht auch eine gute Möglichkeit, eigentlich die Verhältnisse so bestehen zu lassen, nur mit einem Augenzwinkern ist man dann ein bisschen dem enthoben? Gut, das mag alles sein. Also dann hätte wir nichts gewonnen, nichts verloren. Also dann wäre auch sozusagen ja gar kein Widerstand mehr möglich. Aber man hat Amüsement gehabt. Also man kann es ja auch ganz hedonistisch betrachten und sagen, ja, die Verhältnisse sind schlecht, aber wir hatten wenigstens Spaß dabei. Das wäre jetzt auch mein Ansatz prinzipiell. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt sozusagen meiner Haltung der Erste bin, der wieder an den Kanonen steht, wie du jetzt sagst. Der Ironiker ist vielleicht die bessere Sonderhand. Ja, ja, ja. Es wäre natürlich schlecht, wenn ich sozusagen auch mich selbst und andere dabei geholfen hätte, auch wieder vergnügter ins Leiden zu kommen. Das möchte ich natürlich verhindern. Ich glaube natürlich, so viel Hoffnung muss sein, schon an die Subversion einer solchen Herangehensweise, das nicht das sozusagen, das es anders sagen, als man es meint oder es anders ausdrücken, als man es erwarten würde. Vielleicht sozusagen der Bruch mit der Erwartung. Ich glaube natürlich schon, also erst mal die Subversion, die von der Kultur ausgeht, würde ich immer erst mal sagen, mit Vorsicht zu genießen, wie weit die reicht. Veränderung ist immer nur politisch möglich und das sollte man eh nicht überschätzen. Wenn man schon was bewegen will, dann doch wirklich mit guter Laune. Das ist ja die Frage hier. Wir haben jetzt beide Stellen zitiert, in denen es darum geht, dass immer noch ein großes Maskenspiel eigentlich dort zu beobachten ist. Und doch scheint mir der Roman ja nicht ganz frei von roten Linien zu sein. Also das Beispiel, das ich jetzt mit Full Metal Jacket gebracht habe, ist natürlich ein Totschlagargument insofern, als man sagen kann, ja, man kann mit Ironie alles rechtfertigen und wer ironisch dann auch noch Kriegsverbrechen begeht, der wird damit durchkommen. Also ist die Ironie gefährlich. Aber wenn ich jetzt noch mal an diesen Titel erinnere, Kontingenz, Ironie und Solidarität, dann endet Richard Roughty eigentlich damit, dass man jetzt nicht in so einen völligen Hedonismus verfällt und sagt, naja, dann ist eh alles egal und wir nehmen es ironisch und Wahrheit gibt es halt nicht, haha, sondern er sagt, also in dem Zwischenmenschlichen, in den kleinen Beobachtungen, die wir machen können, so wie wir untereinander uns begegnen oder das, was wir vielleicht gerade durch diesen relativierenden Blick der Ironie sehen, können wir durchaus so etwas wie Solidarität zeigen, können wir also auch, um das jetzt zu paraphrasieren, rote Linien ziehen und die sind ja doch bei einem Julien Sorel auch dann noch da. Also wir haben es ja nicht mit einem vollkommen verrückten Karrieristen zu tun, sondern wir haben es ja schon auch mit jemandem zu tun, der sehr wohl noch rote Linien kennt und wenn ich an deinen Protagonisten denke, sind da natürlich auch ein paar Dinge dabei, wo man sagt, naja, das ist alles nicht so vielleicht sauber immer gelaufen, aber wir haben es ja keineswegs mit einem Demagogen zum Beispiel zu tun oder mit jemand, der ja sehr nach unten tritt. Das ist ja definitiv nicht der Fall und wird dann in diesem Plädoyer, dass er durchaus auch ernst gemeint ist, auch wenn er es dann später wieder relativiert, doch sehr ablesbar ist. Stimmt, er ist kein Verbrecher, er ist auch nicht gewalttätig, er tritt nicht nach unten, ist ja eher so, dass wenn er mit seinen feinen Kleidern wieder zurückkommt nach Verrier, von seinen Brüdern nochmal verprügelt wird, weil jetzt der Feine viel zu fein ist, ja, es gibt rote Linien, klar, er ist, er würde also, er empfindet ja auch wirkliche Schuld, also als er sozusagen, wenn er auf Madame de Renal geschossen hat und dann freiwillig in den Tod geht, ist ja schon so, dass er eine, also das Wort benutzt er ja auch, eine Schuld empfindet und so nicht, eigentlich nicht mehr weiterleben will und deswegen ja vergnügt zum Schafott geht. Also die roten Linien gibt es, ich wüsste jetzt nicht, wie er auch hätte zum Demagogen werden können, er ist ja revolutionär, wir wissen nicht, wie weit er gehen würde, er ist ja auch glühender Militarist, also er möchte ja eigentlich nichts lieber als in den Krieg ziehen mit Napoleon und das heißt, er ist schon zu vielem bereit, aber innerhalb dieses Romans macht er eigentlich nichts Schlimmes, außer, also der Schuss, den er abfeuert auf Madame Renal, ist ja aus dem Affekt. Das wäre schon wieder bei Ingrid von Bergen. Ja, weil er sich ja von ihr verraten fühlt, um sein Glück und er schießt ja auch, man weiß nicht so genau, aber vielleicht ja auch doch ein bisschen extra nur in ihre Schulter und ist ja dann überglücklich, als er erfährt, dass sie überlebt hat. Ja, tatsächlich. Also gibt es also doch gewisse Routenien, also können wir das Konzept der Ironie vielleicht doch nochmal erneuern, also dass wir Ironie vielleicht sehr lange diskutiert haben im Zuge der 90er Jahre als etwas, das nur geprägt ist von, naja, Werbekampagnen für Piek und Kloppenburg und wir machen so ein bisschen Literatur und eigentlich ist es uns alles egal und wir freuen uns auf den nächsten Vorschuss hin zu einer Ironie, die durchaus die liberale Kraft zu schätzen weiß, die darin liegt, dass man solche scheinbar endgültig wirkenden Begriffe als nicht ganz so endgültig ansieht und dass man aber auch aufgrund einer ironischen Haltung nicht eine antihumane Haltung einnimmt, ganz im Gegenteil, sondern gerade durch die Ironie sieht man ja die ganzen tausend kleinen Schwächen eines Menschen und die bekommen wir ja hier seit Seite für Seite vorgeführt, dass eigentlich die Ironie wieder ein sehr empathischer Blick auch sein kann auf die Mitmenschen. Ja, das hast du sehr schön gesagt. Ich kann es sozusagen ja nur aus meiner Schreibpraxis heraus sagen, dass man es so meint. Die Figuren offenbaren sich uns mit all ihren Schwächen und vielleicht ist der Effekt in dem Schreibstil dieses Buches größer, dass dieses Buch ja nicht als Mitleid erhaschendes Stück daherkommt, das uns zeigt, schau mal, der arme Mann aus einem, man hätte dieses Buch ja auch schreiben können als traurigen, wehleidigen Text über einen Mann, der es einfach nicht schafft, seinen Verhältnissen zu entfliehen. Solche Texte haben ja auch eine Berechtigung. Ich denke an unseren sehr guten Freund Christian Baron. Das ist dieses Buch, der Mann seiner Klasse würde ich sagen, ist der genaue Gegenentwurf zu diesem Buch. Es gibt diese Variante, aber in dieser erschließt sich doch vielleicht sozusagen die Problematik des seelischen, der seelischen Not, des Zwangs, sich tugendhaft zu verhalten und dann doch aber immer wieder sozusagen auf sein Menschsein zurückgeworfen zu sein. Er schließt sich mir leichter und besser als über einen Text, der mich ja packen will mit seiner Traurigkeit und seiner emotionalen Wucht. Stendhal als Meisterwerk, so ist es hier gerahmt. Wir haben jetzt am Anfang schon gehört, was ein Meisterwerk ist, lässt sich schwerlich definieren. Aber wenn du herausstellen solltest du in wenigen Sätzen, was ist so, verwenden wir ruhig mal den Begriff, genial an diesem Roman. Zu welchem Schluss kommst du da? Ich habe das eigentlich alles schon gesagt, als ich das zum ersten Mal aufgeschlagen habe und eher widerwillig gelesen habe auf den Rad meines Freundes hin, war ich halt von der ersten Seite an, dachte ich, das kann doch gar nicht sein. Das kann doch gar nicht sein, dass hier ein Text liegt, der zu mir spricht ohne jede Fremdheit. Also ich muss mich da nicht, also ich muss mich da nicht reinkämpfen, sondern ich mag ja auch, wenn Geschichten stringent erzählt werden und nicht mit irgendwelchen Experimenten vollgestopft sind. Und von dem ersten Wort an ist man in dem Schicksal dieses Protagonisten drin, ohne Aufwand. Und das spricht zu einem, also es ist wirklich ein Mann, ein Charakter, wo ich denke, naja, das ist eigentlich fast jemand, ein Zeitgenosse von uns, den man jetzt 200 Jahre zurückversetzt hat. Und da erlebt er jetzt sein blaues Wunder. Und das finde ich meisterhaft. Und davon haben wir noch nicht gesprochen, von den, von den, von der, von der Selbstbeschau, sozusagen von der, von der Seelenanalyse, die da stattfindet und die Psychogramme, die alle so meisterhaft sind. Aber es ist ja schon auch ein Roman, der ja auch, damit auch ein Produkt der Unterhaltung und, und das gelingt einfach alles zusammen so meisterhaft. Wie sieht es aus mit der Politik noch einmal? Also es gibt diese ganz merkwürdige Passage. Ich bin ja nur Handwerker. Ja, ja, ja. So einfach kommst du mir jetzt noch nicht davon. Es gibt ja in Klammern dort einen Einschub, nachdem wir schon 500 Seiten hinter uns haben. An dieser Stelle hätte der Autor gern eine Seite mit Pünktchen eingeschoben. Das wäre unschön, sagt der Verleger. Und wenn es einem so belanglosen Werk auch noch an Schönheit fehlt, sind wir erledigt. Die Politik, hält der Autor dagegen, ist ein Stein am Hals der Literatur und zieht sie in weniger als sechs Monaten unter Wasser. Politik in Belangen der Fantasie ist wie ein Pistolenschuss in einem Konzert. Der Knall ist markerschütternd, aber wirkungslos. Sein Klang verträgt sich mit keinem Instrument. Diese Politik wird die eine Hälfte der Leser tödlich beleidigen und die andere langweilen, weil sie ihr in der Morgenzeitung weit origineller und wirkungsvoller schien. Nun haben wir zwar gesagt, hier ist ganz viel Zeitgeist drin, ganz viel Salongespräch, das stattgefunden hat. Und doch gibt es so eine Absage an die Politik, die nicht ganz eingehalten wird. So ironisch ist der Roman nur einmal, dass er es dann trotzdem macht. Aber es ist ja eine Aussage, die Stendhal dann doch auch nicht fernlegt, wenn hier der Autor selbst spricht zu seinem Verleger und sagt, der Knall ist markerschütternd, aber wirkungslos. Und jetzt hattest du eben schon angedeutet, naja, mit der Kultur, was die so bewirken kann, das ist ja auch eigentlich Sache der Politik. Ich will jetzt nicht die Frage eigentlich stellen, was kann die Literatur denn politisch verändern, aber vielleicht doch, was kann die Literatur, was vermag sie individuell beim Leser zu schaffen, was sich verwandeln könnte in etwas Politisches? Dafür, also diese Frage, die muss ich ja nicht zurückgehen, weil dafür bist du ja der Kulturwissenschaftler und Naturwissenschaftler. Ich bin ja wirklich der Mann der Praxis. Ich glaube, die Frage stellt sich dir auch, du schreibst einen Roman, in dem Helmut Kohl vorkommt und der Protagonist, man muss es vielleicht an dieser Stelle verraten, der junge Protagonist ist auf der Schule noch, macht sein Abi bald und hat große, große Sorge, dass 1998 die rot-grüne Regierung kommt, also mit Gerhard Schröder und Joschka Fischer, erwünscht sich noch eine weitere Ära Helmut Kohl. Ja, und das stimmt, das stimmt, aber man muss sagen, wenn man sich anschaut, was, also Agenda 2010 und so weiter, vielleicht wäre eine fünfte Amtszeit von Helmut Kohl gar nicht so schlimm gewesen. Ich halte das für durchaus möglich, ja. Also ich habe das natürlich so in den Roman geschrieben, weil ich, das ist halt meine Art zu arbeiten, so kontraintuitiv arbeite und das ist vielleicht das, was so eine Literatur schaffen kann, dass sie sozusagen abseits des Erwarteten und Erwartbaren eine kontraintuitive Wendung nimmt, die natürlich völlig nicht deckungsgleich, also nichts zu tun hat erstmal mit dem Autor. Aber in der Praxis eben dann oft zielführend ist, weil sie einen Blickwinkel eröffnet auf eine Frage, die man vielleicht noch gar nicht kannte. Die Frage nicht und den Blickwinkel eben auch nicht. Und so, und da folge ich wirklich meinem Instinkt, was das sein könnte. und weil, ich glaube, wenn man beginnt, etwas Politisches aktiv sozusagen in einen Roman reinzuschreiben, das ist meistens der Kunst nicht zu, nicht dienlich, mag auch Ausnahmen geben, mit Sicherheit, aber von meinem Verständnis. Aber wir fallen jetzt auch gerade weniger ein. Ja, wir kennen unsere Epigonen, aber das ist schwierig. Also ich versuche mich selbst sozusagen zu überraschen mit dem, wenn ich da sitze und was schreibe, denke ich mir, was ist das, was ich jetzt selbst am wenigsten erwarte. Also politische Literatur im Sinne von Enthüllung ist, glaube ich, etwas, was es heute einfach nicht mehr braucht. Das mag zu einer Zeit funktioniert haben, wo man dann klandestin über einen Roman etwas hätte aufdecken können. Heute kann man aber auch einfach mal diesen Autoren sagen, ja, braucht ihr die Nummer vom Spiegel? Soll ich sie euch besorgen? Dann ruft da doch jemand an und erzählt es denen. Ja, also dann können die ja eine schöne Story drum stricken, aber bitte nicht 300 Seiten vollschreiben. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass wir so unendlich viel Literatur haben oder zumindest so Hypes dann entstehen bei solcher Literatur, die dann eigentlich mir etwas auftröseln, wo ich sage, ja, das hätte bestimmt eine Spiegel-Story von zehn, zwölf Seiten ergeben, aber nicht einen vollständigen Roman. Und da ist das Politische so unmittelbar, also dieses Aufdecken, dass man auch nicht mehr so genau weiß, warum wurde dieser Roman geschrieben. Vermutlich nicht aus diesem hehren Anspruch, etwas aufzudecken, sondern weil man weiß, dass diese Art der Sensation gut funktioniert für einen Roman. Du hast ein bisschen Angst, dass ich jetzt Namen nenne, aber keine Sorge. Und zugleich, weil, ja, so viele noch... Du weißt, ich bin auch Opportunist und nicht... Nein, ich will jetzt keine Namen nennen, da ja so viele noch wach sind. Und deshalb möchte ich vielleicht aber sagen, das, was du eben angedeutet hast, da, wo die Literatur Blickwinkel eröffnet, da ist man ja auch als Leser als Subjekt in einer ganz besonderen Weise angesprochen, wie man sonst eigentlich nicht angesprochen wird. Also zwar kamen wir auch im Kino Form der Identifikation, aber wir haben durch die Erzählung in einem Roman vor allem, möchte ich sagen, diese Möglichkeit einer Subjektivität gewahrt zu werden, die uns sonst oft versperrt bleibt. Vielleicht in unserer unmittelbaren Nähe, aber wir können nicht das andere wirklich so erkennen. Und die Literatur führt uns da ein und zugleich ist sie von einem einzelnen Subjekt produziert. Ich weiß, dass man diesen Geniekult zu Recht kritisiert hat, aber es stimmt ja nach wie vor, dass eine einzelne Person da sitzt und sich etwas ausdenkt. Und ja, da mag es auch Marktkräfte und so etwas geben. Aber dadurch auch, dass der Roman noch relativ günstig produziert ist und die, die nicht für Geld schreiben oder auch nicht für Geld schreiben müssen, die können eine andere Subjektivität und einen anderen Blick an den Tag legen. Und dass man dies verfolgen kann, das ermöglicht einem, dass plötzlich auch die Sicht auf die anderen Dinge dort draußen, vielleicht auch dann auf die politische Talkshow oder was auch immer ein anderer wird. Also dieser Blick der Literatur ist es ja eigentlich, plus diese ästhetische Erfahrung, dass also über die Ästhetik etwas ausgedrückt werden kann, das im normalen Diskurs oder was im Spiegel Online-Artikel nicht stehen kann, dass darüber etwas transportiert wird, dass ich da etwas über Welt erfahre. Das ist für mich die eigentliche Politizität eines Romans und genau das wird hier eingelöst. Denn natürlich interessiert mich überhaupt nicht mehr, welche Figur in diesem Roman irgendwo zu Napoleon stand, wie oder was. Ja, das ist tatsächlich Geschichte im wahrsten Sinne des Wortes. Aber was ich hier darüber erfahre, wie man auf Menschen blicken kann, wie man Eitelkeiten erkennen kann, zumal auch seine eigenen, das ist es doch eigentlich, was mich als Subjekt und teilweise auch dann als Bürger anspricht und mich auch als politisches Subjekt wahrscheinlich anspricht. Ja, also ich würde den Wert der Subjektivität auch maximal hochhängen und ich habe ja auch den Vergleich. Also wenn ich einen Text schreibe für den Verlag, habe ich da tatsächlich absolute Freiheit. Da ist ja nur der Lektor, der sagt, das klingt nicht gut. Aber wenn ich die Praxis aus dem Drehbuchschreiben habe, ich meine, du machst seit wie vielen Jahren jetzt die Filmanalyse? Seit 2011. Und hast sozusagen, das Prinzip ist ja, wir haben es ja, also bei der Ideologie-Kritik, wir haben es mit Produkten zu tun, die eben nicht von einem Einzelnen gemacht sind, sondern von einem, einer ganzen, also von verschiedenen Ebenen, von den Redakteuren bis sozusagen, bis das Ding fertig ist, ein Produkt der vielen. Und ich kann dir sagen, aus der Praxis, es ist alles noch viel schlimmer, als du denkst. Also bis da sozusagen das geschriebene Wort. Hast du heute schon wieder mit der Compliance-Abteilung gesprochen? Ich habe jetzt erneutig auch, nee, ist wieder aufgezeichnet, ich darf für dich nicht sagen. Ich muss für dich heute mich ganz bändigen. Noch ist der Vertrag nicht unterschrieben, Sie merken schon. Durch wie viele Hände da das geschriebene Wort geht, bis mal jemand sagt, so jetzt zahlen wir da 20 Millionen für, also nicht an mich, sondern für die Produktion, hat sich so viel daran geändert, dass der subjektive Blick eigentlich, er wurde komplett eliminiert. Es ist sozusagen ein Produkt, das möglichst vielen, die daran beteiligt sind, gefallen muss. Und das ist so banal wie, ja auch kein Geheimnis, aber es ist wirklich so, und wenn in einem Film oder einer Serie oder einem Kulturprodukt das Subjekt so verschwindet eigentlich als Autor, dann ist das eigentlich nichts, was ich mir wünsche. Aber dafür haben wir den Autorenfilm und dann ist dann alles ganz schön. Aber eben leider auch sehr langweilig manchmal. Ja, außer bei Roter Himmel, da waren wir beide begeistert. Fantastisch. So kann man es natürlich machen. Man kommt mit Stendhal an kein Ende, hat Paul Valéry mal gesagt, aber dennoch müssen wir es tun. Und abschließend, wo wir über diese alten Meisterwerke jetzt gesprochen haben, die Frage, hast du in letzter Zeit etwas Aktuelles oder Aktuelleres gelesen, von dem du annimmst, dass es einmal ein Meisterwerk werden könnte? Ich habe ja schon gesagt, ich lese kaum Gegenwartsliteratur, aber aus Zeitgründen und die Gelegenheit so selten ist. Aber ich habe, also erstmal, die Frage ist natürlich Quatsch, weil wie soll man das projizieren? Wir wollen jetzt deine prophetischen Kräfte. Es ist dokumentiert in 30 Jahren. Es ist natürlich unmöglich. Schauen wir nach. Ich habe dann doch zuletzt, also in den letzten drei Jahren habe ich, glaube ich, zwei Gegenwartstexte gelesen. Also The Shards, Bert Easton Ellis, würde ich sagen, ausgezeichnet, kann von mir aus gerne ein Meisterwerk werden und Vernichten, habe ich gelesen von Wellbeck. Fand ich auch gut. Und hat er auch Klassiker? Ja, vielleicht, wenn wir an Wellbeck denken, aber ist vielleicht ja Unterwerfung doch noch näher dran, zum Beispiel jetzt an dem Buch. Also wenn man überlegt, sozusagen den Opportunismus, der da gezeigt wird in der Pariser Universität, die ist natürlich schon sehr nah dran. Aber, wie gesagt, beides keine Geheimtipps jetzt, sowohl Wellbeck kein Geheimtipp, als auch Bert Easton Ellis. Ich kann es nicht, vielleicht empfiehlt mir mal jemand was wirklich Gutes. Ich habe kürzlich nochmal der menschliche Marke gelesen von Philip Ross und dachte, das ist ja schon ein Klassiker jetzt. Er ist auch noch nicht so alt, 15, 20 Jahre und ist aber eigentlich jetzt der Klassiker unzugleich das Buch der Stunde. Das stimmt, das stimmt. Wenn man das Buch liest, denkt man, wir waren doch eigentlich schon mal weiter in dem Verständnis von solchen Themen. Ja, so ist es. Ich möchte dir danken und möchte dir einen modernen Klassiker jetzt schon an die Hand geben, nämlich mein eigenes Buch. Das Buch zum Film. Das Buch zum Film, wie du sagst, ja, und zwar mein Best-of-Filmanalyse. Du hast es ja noch gar nicht. Ich habe es dir jetzt mitgebracht nach Berlin. Da kannst du alles nochmal nachlesen, damit du genau weißt, wie man Filme nicht machen sollte oder wie man sie machen sollte. Und da sind wir sehr gespannt auf alles, was da kommt. Und ich darf auch sagen, im Februar wird dann der neue Roman von Timor Kaleiter erscheinen. Den Titel weiß ich noch nicht, den verrätst du auch, glaube ich, noch nicht. Wir sind dann sehr gespannt, was du uns dann da erzählst. An welchem Roman du dich da entlanghangelst, darfst du dir wieder einen Klassiker ausgesucht hast. Oder ob es etwas ganz anderes wird. Mich hat es sehr gefreut. Vielen Dank, dass Sie da waren. Und wir sehen uns im Dezember wieder für eine Ausgabe dieser Meisterwerke und der Frage, inwieweit sind sie aktuell, inwieweit sind sie politisch. Welcher Roman, beziehungsweise es wird eine Novelle werden, aber das werden wir noch bekannt geben. Vielen Dank. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Vielen 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 Dank.